Wie soll ich das alles schaffen? Wie soll ich das alles in 2024 spielen? Ich bin doch nebenbei berufstätig. Vielleicht muss ich arbeitslos machen. Ansonsten schaffe ich das nicht. Aber das wird eine ganz wilde Nummer und ich freue mich tierisch drauf. Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung. Ich grüße euch. Ich weiß, ich weiß, 2024 ist schon etwas weiter fortgeschritten und jetzt kommt hier der Dödel um die Ecke und will nochmal seine Highlights in 2024 präsentieren. Macht man das nicht zum Jahresanfang? Doch, recht habt ihr. Aber ich habe es einfach nicht früher geschafft. Deshalb gebe ich jetzt meine Highlights 2024 zum Besten. Befrei nach dem Motto, besser spät als nie. In diesem Sinne, da ich ja auch nur hauptsächlich JRPGs spiele, wird das so ein kleines Highlight, was JRPG mäßig in 2024 abgeht. Das Ganze ohne Skript, ohne Vorlage. Ich gebe einfach so meine Meinung zum Besten. Und will auch gar nicht mehr lange drum herum schnacken hier um den heißen Brei. Legen wir los. Den Anfang macht Persona 3 Reloaded am 2. Februar. Also in wenigen Tagen stand heute. Ich freue mich sehr auf dieses Remake des dritten Teils der Persona-Reihe. Ich habe damals schon viele, viele Jahre her Persona 3 auf der Playstation 3 auch gespielt. In der FES. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. In der FES-Variante gespielt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. War auch mein erster Berührungspunkt mit der Persona-Reihe. Und bin seitdem riesen Fan davon. Ursprünglich auf der Playstation 2 erschienen, soll das gar keine großen Twists oder Wendungen einnehmen. Also es ist nochmal das Hauptspiel. Nur neu aufgelegt, bessere Grafik ans Moderne oder in die Moderne gebracht. Ich denke, da kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Und man wird schöne 80 bis 100 Stunden Spielspaß damit haben. Und halt dieses komplette Persona-Programm bekommen. Also ja, was soll schief gehen? Ich freue mich sehr drauf, das Ganze nochmal zu erleben. Jetzt, wie viele Jahre später. Also da liegen wirklich schon einige Jahre dazwischen. Dann kommt im Februar, am Ende Februar, ein riesen dicker Knaller mit Final Fantasy VII Rebirth am 29. Februar. Für mich wahrscheinlich Game of the Year. Also das Ding wird komplett durch die Decke gehen. Ich habe so viel Bock drauf, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Die Story geht endlich weiter. Wie wird sich die Open World gestalten? Wie ist das mit dieser alternativen Zeitlinie? Was ist mit Zack, was man da sieht? Was wird sich verändern? Wird Aerith sterben? So viele Fragen. Und sie alle werden hoffentlich beantwortet. Zudem sieht das wieder richtig lecker aus. Die Charaktere sehen lecker aus. Ein Sid sieht knackig aus. Ein Vincent sieht knackig aus. Was will ein Final Fantasy Fan mehr? Mehr geht nicht. Und das Ding wird, glaube ich, komplett alle sprengen und durch die Decke gehen. Urlaub ist genommen, dass ich das so schnellstmöglich durchsuchten kann. Also ich freue mich tierisch drauf. Das wird auf jeden Fall ein richtig dickes Highlight in diesem Kalender. Ich selbst habe da schon zum letzten Trailer, ich weiß gar nicht, welcher Trailer es war, eine kleine Reaction gemacht. Werde ich oben mal mit rein verlinken. Kann man bei Bedarf gerne mit reinschauen. Dann geht es im März ein bisschen ruhiger zu. Und zwar kommt dann am 22. März der Legend of Legacy HD Remaster. Sagt den einen oder anderen jetzt vielleicht nicht so viel, ist, glaube ich, auch ein bisschen mehr so der Geheimtipp. Ursprünglich auf den 3DS erschienen und hat auch gar nicht so gute Kritiken damals bekommen. Ich habe jetzt noch kurz vor dem Video noch mal ein bisschen reingelesen und war erstaunt, wie schlecht das Spiel damals abgeschnitten hat. Und umso gespannter bin ich, was jetzt dieses HD Remaster mit sich bringt. Klar, ein bisschen Aufhübschung der Grafik. Aber vielleicht hat man das Spielprinzip dann doch noch mal ein bisschen verbessert, ein bisschen knackiger gestaltet. Handlung ganz kurz zusammengefasst. Da gibt es so eine Insel, ein Kontinent, der aufgetaucht ist namens Avalon. Und mit einer hellen Truppe geht man jetzt rauf und erforscht die Insel. Also ein bisschen, nehm ich mal, ja, A Dream Odyssey Online, wenn man das vielleicht auch kennt, was auf dem DS und 3DS veröffentlicht wurde. Also dass man halt Dungeon Crawler, dass man da die Gegend eben erkundet und eine Karte unfertigt. Das Besondere dabei ist, dass sowohl die Aufstellung der Charaktere einen gewissen Twist mit sich bringt und ein bisschen taktische Tiefe mit reinbringt. Also je nachdem, wo die Figur steht, ändert sie ihre Rolle, wenn ich das richtig interpretiert habe. Oder ihre Fähigkeiten. Also auf jeden Fall, Formation spielt eine wichtige Rolle. Und man kann 8 Klassen meistern. Beziehungsweise 8 Waffentypen kann man meistern. Also auch dadurch erhoffe ich mir ein bisschen Varianz. Und ich erhoffe mir einfach ein bisschen was Knüppeltiges, Hartes. Menschen Crawler mäßig, wo man noch ein bisschen mehr, ja, Hirnschmalz vielleicht reinbringt. Da muss auch ein bisschen Grind mit drin ist. Von der Story erwarte ich nicht so viel. Ich glaube, da wird es ja nicht so viel Input geben. Aber dennoch vielleicht ein kleines, leckeres Schmankerl für zwischendurch. Also auf jeden Fall, ja, ich freue mich drauf und werde das auf jeden Fall spielen. Dann, einen Monat später, am 23. April, kommt ein wunderbares Spiel, dessen Namen ich nicht aussprechen kann wirklich. Iuden Chronicle 100 Heroes. Ich würde mal sagen, ein geistiger Nachfolger von Suikon. Vor allem von Suikon 2, wo man auch viele Charaktere rekrutieren konnte. Und wie der Name schon vermuten lässt, 100 Heroes. Man kann 100 Helden rekrutieren. Man kann seine eigene Basis aufbauen. Ja, also es schreit alles nach Suikon, wenn man sich den Trailer mal anschaut. Da sind, glaube ich, unendlich viele Möglichkeiten möglich, was man da schaffen kann. Wenn es nur ansatzweise so gut wird wie Suikon 2 und in diese Kerbe reinschlägt, dann ist das ein wahrgewordener, feuchter Traum eines jeden JRPG-Gamer-Nerds. Da müssen wir nicht lange um den heißen Brei reden. Erst zudem sieht es fantastisch aus, wenn die Helden sich unterschiedlich spielen, unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen, sich gegenseitig ergänzen. Es gibt Synchronisation, Synchronattacken, so wie ich das rausgesehen habe. Es gibt einen 6-Minuten-Trailer, schaut ihn euch an, der erklärt ganz viel. Also mir sind die Synapsen weggeflogen, sage ich ganz ehrlich. Habe ich sowas von Bock drauf auf dieses Spiel? Ebenfalls, ich weiß, dieses Wort Bock werde ich noch sehr, sehr oft verwenden, aber es ist nun mal wirklich so. Ich glaube, das Ding könnte auch einige sprengen. Und ich glaube auch, ein sehr heiß erwarteter Titel in diesem Jahr. Also auf jeden Fall, merkt euch das, wird bestimmt super, wenn es hält, was es verspricht. Dann einen kleinen Ableger, der im Frühling auch 2024 kommt. Ich glaube, da gab es noch kein genaues Datum. Und zwar der zweite DLC zu Final Fantasy 16, Rising Tide. Ja, wird ein kleiner Schmankel zu den ersten Echoes of the Fallen. Wollte ich mir auch noch mal ein Video machen und ein bisschen was drüber quatschen. Aber ja, Leviathan wird auftauchen. Mehr braucht man doch nicht zu wissen. Also man will Leviathan sehen, also wird man den DLC spielen. Und deshalb freue ich mich auch auf diesen DLC. Mesidia, neues Gebiet, sah auch sehr schön aus im Trailer. Aber wer da meine Reaktion zusehen will, kann da oben auch mal reinschauen. Also habe ich auch schon meinen Senf abgegeben. Freue ich mich drauf. Wird klein, fein und hoffentlich super. Dann haben wir, geht gleich weiter mit Final Fantasy. Und zwar im Sommer 2024. Auch noch kein genaues Datum. Aber dann kommt Final Fantasy 14 Dawn Trail. Die neue Erweiterung. Wo ich auch sehr gespannt bin, wie die Main Story weitergeht. Was sie sich da jetzt schönes ausgekaspert haben. Was das neue Gebiet mit sich bringt. Also es ist ja so tropisch Regenwald. Es ist bloß ein bisschen auf die Maya oder Azteken angelegt. Wenn man es von den Bauten her so sieht. Also halt Südamerika mit den alten Völkern. Storymäßig weiß ich nicht. Habe ich jetzt noch nicht viel gelesen, was da kommen könnte. Aber bei den Schöpfern mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen, dass die das nicht hinbekommen. Die sind eigentlich immer sehr flott, was das angeht. Die können eine gute Story erzählen. Und die werden auch dieses Mal wieder eine gute Story erzählen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Was gibt es da sonst noch so groß? Zwei neue Klassen kommen mit rein. Der Pictomancer, also der Zeichner. B, die Berufsklasse und die Viper kommt mit rein. Für mich eher erstmal uninteressant. Weil ich muss erstmal schaffen, meine Main-Klasse zu meistern. Den Dragoon, den beherrsche ich immer noch nicht. Auch nach über hunderten von Spielstunden bin ich immer noch schlechter drin. Deswegen, neue Klassen sind für mich erstmal irrelevant. Aber ich freue mich auf die neue Story. Und auf dieses neue Gebiet. Und vielleicht auch den ein oder anderen neuen Charakter. Man weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen. Bin aber sehr hype drauf. Kann ich schon mal dazu sagen. Dann haben wir im Herbst 2024, auch noch nicht mit genauem Datum, einen Titel, der nennt sich Metaphor Rephantasio. Von den Schöpfern von der Personereihe. Also von den Schöpfern hinter Persona 3, 4 und 5. Mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen. Also das ist für mich schon Garant. Dass das Ding einfach nur gut werden kann. Und wenn man sich die Trailer dazu ansieht, dann sieht dieses Ding auch einfach fantastisch aus. Also Story-mäßig habe ich jetzt noch nicht so viel mitbekommen. Ich habe mich ein bisschen mit eingelesen, dass da mehrere Stämme sind, die erstmal um den Thron kämpfen. Es gibt ein gewisses Volk, was unterdrückt wird, wozu auch der Hauptprotagonist zählt. Weil er Magie wirken kann, ist er eine Gefahr für die Welt und wird deshalb unterdrückt. Und was der große Story-Plot ist, was da passiert, da muss man sich dann am Ende überraschen lassen. Oder ich lasse mich da auch gerne überraschen und will vorher gar nicht so viel wissen. Was ich weiß ist, es sieht fantastisch aus. Das Kampfsystem sieht fantastisch aus. Es sind die Schöpfer der Persona-Reihe dahinter. Die können auf jeden Fall eine gute Story erzählen. Mehr muss ich nicht wissen. Ich vertraue diesen Leuten und lasse dieses Spiel einfach mal auf mich zukommen und wirken. Aber ich bin mir da ziemlich sicher und lege dafür meine Hand ins Feuer, dass das definitiv ein Highlight im Jahr 2024 wird, was den JRPG-Bereich hat. Also, auf jeden Fall auf der Liste haben wir das Spiel. Ich werde es mir gönnen. Zu guter Letzt habe ich dann noch ohne Datum, aber auch für 2024 angekündigt, Visions of Mana. Der neueste Eintrag in der Mana-Reihe. Wer die Trailer gesehen hat, wird auch wieder sehen. Ein fantastisch schönes Spiel. Es sieht sehr schön märchenhaft aus. Eine märchenhafte Landschaft. Es hat diesen typischen Secret of Mana oder ich meine, aus diesem Mana-Universum diesen gewissen Stil. Also, man fühlt sich sofort heimisch, wenn man auch die anderen Spiele dazu gespielt hat. Aber es sieht alles ein bisschen moderner aus. Aber ich finde das Schöne, dass es trotz der Moderne nicht seinen Charme verloren hat. Die Kämpfe sehen knackig flott aus. Dieses typische Action-Kampfsystem, wie man es auch von der Mana-Reihe kennt. Also, ich glaube, da kann man auch nicht viel falsch machen. Ich gehe von einer schönen Pilgerreise aus zum Mana-Baum. Sympathische Charaktere, eine sympathische, schöne Welt. Ja, wenn sie sich an der Mana-Formel weiter bedienen, was soll schief gehen? Zumal es auch wieder endlich ein Eintrag in die Mana-Reihe ist. Das liegt ja auch schon wieder ein paar Jahre zurück, dass da zuletzt etwas gekommen ist. Und von daher ist das auch mal ganz schön, wieder so einen frischen Winter mit reinzubekommen. Keine Remakes oder Remaster oder sonstiges. Aber wieder was komplett Neues. Also, das finde ich super duper und freue mich da auch tierisch drauf. Und wenn ich so diese ganze Liste jetzt durchgesehen habe, das sind acht Titel, dann frage ich mich einfach nur, wie soll ich das alles schaffen? Wie soll ich das alles in 2024 spielen? Ich bin doch nebenbei berufstätig. Einmal muss ich arbeitslos machen. Ansonsten schaffe ich das nicht. Aber das wird eine ganz wilde Nummer. Und ich freue mich tierisch drauf, was da auf mich zukommt, was da auf euch zukommt. Für jeden JRPG-Fan, was da auf ihn zukommt. Das ist einfach fantastisch und das wird fantastisch gut. Das sind ja nur die Highlights, die wir kennen. Ich weiß gar nicht, was im Indie-Bereich noch abgeht. Vielleicht kommt da auch noch das ein oder andere Highlight zum Vorschein. In diesem Sinne, habe ich glaube, lang genug gequatscht. Ich habe mir eine Freude, euch kurz und knackig mal die Highlights vorzustellen, auf die ich mich freue, jetzt im Jahr 2024. Lasst mich gern wissen, was eure Highlights sind. Und schaut mal rein hier. Da sind noch vielleicht hier, keine Ahnung, da gibt es noch ein paar andere Videos, die ich jetzt hiermit verlinken werde. Ich bin raus. Ich sage, tschö mit Ö. Bis zum nächsten Mal.